Die Wollnys, eine schrecklich große Familie. Mitglied Peter Wollny geht es nicht gut. Was los ist und ob Grund zur Sorge besteht, erfahrt ihr hier. Neue Folgen von Die Wollnys gibt es aktuell nicht. Schon seit einigen Wochen ist die Staffel auserzählt. Wer News zur RTL 2 Großfamilie möchte, findet sie lediglich in den sozialen Medien. Während Lavinia Wollny kürzlich für Aufsehen sorgte, weil sie ihr zweites Kind zur Welt brachte und die Welt lange auf die Namensverkündung warten ließ, ist es auch um Loredana Wollny still geworden. Gut also, dass wenigstens auf Sarafina Wollny und ihren Peter Verlass ist. In den letzten Tagen meldete sich die 27-Jährige vermehrt mit Updates. Zeigte beispielsweise, wie viel Spaß ihre Zwillinge Emory und Kasai bei Estefanias letztem Auftritt hatten. Auf der Bühne tanzten die Zwerge zur Performance ihrer Tante. Die Wollnys. Peter Wollny ist krank. Doch für seine Familie will er sich zusammenreißen. Am Freitagnachmittag meldete sich auch Peter Wollny mit Neuigkeiten. Achtung, Männerschnupfen! Peter Wollny hat sich nämlich, vorerst, beunruhigend klingenden Worten bei seinen Fans gemeldet. Auf Instagram schnieft der 30-Jährige in die Kamera, spricht mit unglücklicher Miene zu seinen Fans. Ich habe wieder irgendwelche Probleme, so der zweifache Vater. Oder was heißt, wieder? Ich hab immer noch diese Probleme, dass meine Nase zu ist, dann läuft sie, dann ist sie zu. Aber ist ja auch egal. Schon wieder Erkältungswelle im Hause Wollny? Männer schnupfen Alarm bei den Wollnys. Er sehe total fertig aus, stellt Peter Wollny fest. Nur wenige Sekunden revidiert er seine Aussage dann. Auf jeden Fall geht es mir gut. Aha, den Tag wolle er mit Vorbereitungen, Aufräumen und von allem irgendetwas verbringen. In diesem Sinne, Vollgas, so sein Fazit, das irgendwie nicht ganz zu seinem angeschlagenen Zustand passt. Doch Peter Wollny ist eben ein Macher, hat als Familienvater und Mitglied des Wollny-Clans alle Hände voll zu tun. Wir wünschen ihm eine gute Besserung. Selbst der kleinste Schnupfen kann schließlich auch den größten Beeren aus den Socken hauen. Das ist das ganze Jahr aus. Vielen Dank.